und da gehen die letzten zwei was zur helle krieg ich da als bonus war und ich bin auch enttäuscht dass man ihn jetzt spielen kann unseren perversen helden ein gutter trifft oh ed für ist ist Das war's für heute. Das war's für heute. Ich habe das, was ich nicht verletzt! Toshi-Nori! Das ist nicht das Gefühl, Allmight. Ich habe auch schon gesagt, wie gesagt. Von der Woll-Wall-Semura-Nana. Das war's für mich. Ich war nur ein Mensch, als ob eine Frau der Welt. Ich habe mich als Vater von One for All. Ich war wirklich ein Mensch. Ich will, woher zu sprechen? Ich habe dich verletzelt. Ich habe dich verletzelt. Aber du hast auch auch geholfen, dass du auch mein Leben geholfen hast. Deswegen solltest du dir ein mögliches Leben geben. Das ist also von der Sprache her und sowas. Obwohl da auch immer so Sachen gesagt. So Sachen gesagt wie er hasst ihn oder er will ihn vernichten oder sonst irgendwas. Aber er bleibt immer so locker und cool. Boah! Shit! Ich dachte das wird noch stoppen. Das ist ja ein Anzug, Alter. Kein Gesicht, aber ein Anzug. Und warum fängt meiner immer mit Null an? Das ist doch scheiße. Alter! Was zur Hölle? Ach komm schon! Nein! Jetzt hat er schon drei. Alter, warum? Was macht denn der für Attacken manchmal? Boah! Alter! Ich bin der. Äh! Was ist das denn? Nicht so. Die Karten sind so schwer! Ich bin der. Dann machen wir ihn. Ich bin der. Es ist ja immer so. Auch wenn ich immer noch keine Ahnung habe, was du eigentlich magst. Achso, das ist super, du magst auch nicht sein, dass du wieder links bist. Ach, das ist doch... Warum trifft er zuerst? Ich habe doch genau dieselbe... Warum hat es nicht diesen Kombinationsstoß gegeben, wie beim letzten Mal? Oh Mann. Als Mao, ich werde gewinnen. Klar, am Ende wirst du gewinnen, aber ich werde gewinnen. Ich bin lockerer da drauf wie das eine Mal, wo ich voll Upgrade schtet, dann 2-3 Mal. Nee, 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 nee. Ach ja. Ja, aber ich vergesse immer, dass der in der Luft immer wegrennen kann, sondern immer direkt auf den Gegner zu. Das ist... das ist doch mal. Was? Warum hat es jetzt diesen Kombinationsstoß wieder nicht gegeben? Ich verstehe das wirklich nicht. Hä? Oh verdammt. Hä? Was hat er denn jetzt gemacht? Hier trifft er mich? Ach, weil das in der Luft ist, ne? Die Verarschen. Alter, wirklich? Ernsthaft? Dieses Spiel ist manchmal mit diesen Angriffen, ist schon Bullshit. Das stellt man halt immer wieder fest. Mit diesen nicht durchdringbaren, weil der eine hat ein bisschen mehr, der eine hat ein paar weniger. Aber sobald du mit dem angreifst, ist das eigentlich scheißegal. Weil der Gegner kann nicht jetzt nicht mehr auffallen. Ach, komm schon, ey. Oh, wow. Oh, das war so. Oh, fuck. Das ist Spaß, Mann. Alter... Da, wenn der so ne Kugel aufmacht, warum trifft es dann trotzdem bloß am Boden? Irgendwie... Ja... Keine Ahnung... Ey, und der richtige Kampf kommt jetzt erst danach... Glauben... Ja doch, stimmt, jetzt wird er erst mal schwächer und dann... Drei, schon... Ich bin ein ... Oh, das ist ein ... ... ... ... ... ... ... Ich bin auch, dass du dich nicht verletzt hast. Der ist großartig. Geh'n schlafen! Geh'n schlafen! Geh'n schlafen? Du hast du ihn zu retten. Erstens, der der Kjöre und den Kjöre weitergelebt. Untertitelung des ZDF, 2020 ...Himits... Ich bin ein Teil davon, dass ich mich nicht verletzen kann. Super. Also, es ist kein Problem in deinem心? Also... ...Sigara-ki-Tomura ist... ...Simura-Nana. Ich habe mich immer daran gedacht. Ich habe mich geholfen, dass ich mich und Tomura haben. Ich habe mich geholfen, und ich habe mich geholfen, aber auch, dass ich mich nicht verletzen habe. Genau. Das ist wahr, nicht wahr? Ich habe mich nicht verletzt. Oh, das ist so schwierig, Allmight. Was ist der Wunsch? Es ist ein wichtiges Wunsch, oder? Ich will nicht schlafen! Du bist! Es ist natürlich... Es ist ein Wunsch, oder? Es ist ein Wunsch, oder? Der Wunsch! Der Scho-Sama, der... ...kirren... 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 Fühl dich nicht so auf. Und der letzte Fight! Das ist die Rage Talk. ...kirren... 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 Ich weiß, ich sollte damit den Kampf beenden, aber... Oh Gott, ja, und vorbei. Hier halt einfach rumspringen, wartet bis ich fertig bin und dann hingeht. Alter, das wird wieder ein Nervenaufreibenderkampf. Du musst also hauptsächlich die Attacke einsetzen. Achso, wenn ich noch mehr drücke, macht er das? Oh! Das wird wieder Kopf-an-Kopf-Frenzen. Aber jetzt hebe ich mir meine Attacke für den Schluss auf, Alter. Einmal muss ich noch treffen. Ah, fuck! Okay, reicht. Viel Spaß, Kumpel. Oh nein, ich habe den Falschknopf gesetzt. Aber ist in Ordnung, ist in Ordnung. Wir hatten ja drei. Jaaa, und plus Ultra, Mann, plus Ultra. Bäm, Mann, Heldenbrecher. Was für eine New Story? Achso, ja, die Endsequenz. Stimmt, 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 stimmt. Oh, hoppla, tschuldigung. ... ... ... ... Ich bin der Raum. Es ist der Abfall. Es ist die Abfall. Und der Tag ist der Tag, es wird es etwas zuerst verletzend, das ist etwas zuerst, dass es aus der Zeit noch nicht mehr zu verlieren. Wie wird die Arbeit nicht im Leben noch zu erzielen? Die Frieden-Marz des Friedensschaus ist... Ich habe es nicht. Bis zum nächsten Mal. Das ist der Kiel, der Kiel. Der Kiel ist er, was er. Er hat sich nicht zufrieden, und er hat sich nicht verletzelt. Er wird nicht verletzelt, Allmight. Ich bin auch dein, der Sie, der Sie. Das ist dein Geist. Das war's für alle! Das war's für alle! All for one! United! Stay at the... Open... Smash! Das war's für alle! Endgermen Und ich sag immer noch, die hätten sich die Szene aus dem Anime einkaufen sollen! Egal was es gekostet hätte. Rein damit. Geile Szene. Genauso wie das mit der Ria mit 1 Million Prozent zu klagen und so weiter. Bin ich immer noch dafür. Also gut, das war jetzt die Geschichte von My Hero Wants Justice. Gut, eigentlich ist es nur die andere Geschichte nachgespielt bei den Kämpfen. Wie gesagt, vielleicht mache ich noch eine Folge mit den Specials der ganzen Charaktere. Weil ein paar haben wir ja gar nicht gesehen. Weil du brauchst halt einfach zu lange, um das auf 2 zu bringen. Und dann ist meistens der Gegner schon tot. Und dann musst du auch erst mal treffen. Ich meine auch nicht so einfach. Kann ich das eigentlich abbrechen. Ich kann es überspringen. Sehr schön. Was? Was? Ich war wirklich unig. Aber du hast es falsch. Du hast es versucht, nach den Kriegen zu gestalten. Du hast es verletzen, um zu verletzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt dachte ich letztendlich durch, Mann. Ich hab noch Hau auf andere Spiele, die ich gern spielen möchte. Jetzt hab ich gedacht, ich beende jetzt erst mal das. Nicht, dass ich das spielen möchte, das kommt falsch rüber, aber... Aha. Solche Sekunden. Ne, da hängen wir jetzt das noch hinterher. Ich trinke jetzt aber noch mal schnell was. Dann stimmt das mit letzter Aufnahme, was ich gesagt hab ja auch schon wieder. Was ist das denn? Wenn ich so denke, ich habe das Gefühl, dass ich das Handy habe... Wer ist das? Ich bin der Mite? Ich habe mich auf die Telefonkarte. Hallo,緑-Jer. Ich werde es kurz vor, wenn ich mich nicht entschuldige. Ich glaube, dass ich mich nicht so fühle, dass ich mich in der nächsten Mal fühle. Ich denke, dass ich mich nicht so fühle, wie ich mich nicht so fühle. Ich denke, dass ich mich nicht so fühle. Ich bin sicher, dass du mit dem All-Mite bist. Danke schön! Ich werde wirklich mit dem Gran-Torino stärker sein! Das ist gut, dass du mit dem anderen Seite bist. Ich denke, ich denke, dass du nicht so interessiert hast. All-Mite ist wirklich gefährlich. Ja. ähm, okay what? So kann man das natürlich auch einführen, wobei, scheiß drauf, ich mach jetzt noch Kaffee und dann zieh ich das jetzt auch noch durch. Also bis gleich.